Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video, in dem ich euch zeigen werde, wo sich das große Telefon befindet, Piano und noch der tanzende Fisch. So, vorher natürlich abonniert gerne den Kanal, falls ihr weiterhin Hilfe von mir in Anspruch nehmen wollt. Und wir springen direkt rein in das erste Telefon. Es gibt nämlich zwei. Einmal hier, links von Fatal Fields, die kennen wir ja schon aus der letzten Season, da war ja auch schon eine Mission. Einmal gibt es das hier und das zweite befindet sich hier. Wunderschöne Überleitung, ich weiß. Das ist dann rechts vom Block. Ich denke mal, es reicht, wenn man eins besucht. Ich gehe nicht davon aus, dass man beide besuchen muss. Eins wird wahrscheinlich reichen. Das Piano befindet sich hier. Boah, diese Überleitung sind unnormal gut, ne? Über der Superheldenbasis, direkt hier an der Stelle, ich kann da irgendwie nicht reinzoomen. Ja, aber hier drüber. Und der Riesenfisch befindet sich hier, ähm, keine Ahnung, der chillt im Dach. Unter Reg, unter Mega Mall, nicht Retail, ist ja nicht mehr Retail hier in dem Haus. Ähm, keine Ahnung, der Vulkan hat den anscheinend dahin gebracht. Äh, hier ist der drin, der Riesenfisch. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ich da irgendwas updaten sollte, warum auch immer, werde ich das natürlich unten in den Kommentaren vermerken oder ein neues Video hochladen. Ähm, deswegen, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.